Willst du lieber zu schon mal wieder auf der Suche nach einem leckeren und einfachen veganen Kuchen, dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich zeige dir wie du in wenigen Schritten diesen Kuchen anfälligen kannst. So soll das Ganze am Ende aussehen und wie das Ganze genau angefertigt wird, zeige ich dir in diesem Video wie immer Schritt für Schritt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.